Ich will vor allem wissen, ob ich irgendwie noch die die Zoe retten kann. Das wäre sein wir schon lieb, wenn ich das jetzt nicht ich bin, es ist jetzt erst einmal gerettet worden, aber ist jetzt irgendwie woanders einen davon haben wir wieder kennt, von dieser Trucker. Also ich will auf jeden Fall auch nochmal einen Run machen. Das ist nicht ein Run, das ist ein Run, dann werden wir das dann nochmal machen. Wenn das nochmal kommt, jetzt durchspielen, denke ich, wenn wir es haben, ich denke, ich werde es auch nochmal, ich werde auch mal noch einen Weg wählen mit einem anderen. Einmal den Spitzel machen und einmal den Revolutionär. Ja. 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 Laura. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie ich sie brütze. Und für Schluß. Ah, nur meine Glückwunsch. Komm schon, folge mir. Ja? Okay. Ich glaube, das war aber die klügste Entscheidung hier. Mir erst mal zu helfen. Mhm. Ich nehme das als ein Kompliment. Ich glaube. Entschuldigung, Junge. Ich habe einfach viel auf meinem Kopf. Mit dir? Das ist okay. Keine Offenheit. Take it easy, kid. Fine. Ich werde dir sagen. Es ist nur, dass mein Sohn... mein Adoptes Sohn... ran away. Ich... Ich wusste etwas, dass er nicht gemacht hat. Ein Geheimnis. Und als ich ihn sagte, er hat mich erschrocken. Ich wusste ihm, wer seine Biologischen Eltern waren. Oder so viel, wie ich weiß, über sie irgendwie. Ah! Ich habe immer gesagt, dass ich ihn nicht wusste. Ich bliebte. Es war auch schwer für ihn, weil sie, wer sie waren. Verständlich. Sie waren... Mitglied der Black Brigade. Oh. Der Terrorist-Gruppe responsible für den Angriff auf die Wand. Der Terrorist-Gruppe-Mann warst. Der Terrorist-Gruppe warst. Bekommst hat mich auf den Tag in 86. So soll ich den Tag in 86. Dann warst du mir, wie ich meine Sonne satten. Da war ich, ich war sicher. die Bank für die Bank. Das war alles gut, bis es nicht war. Ich habe gar nicht gesehen, bevor es in die Mauten rief. Nur ein Blasch. Als nächstes Mal wusste ich, die Räume fallen auf die Leute. Es war... wunderschön. Du hast keine Ahnung, die Kräfte, alles war einfach so... ...terrible. An einem Moment, ich... ...ich sah, und da war mein Sonn, silent, verletzend in dust, ...hier mir auf mich. Vielleicht sollte ich nicht, aber ich... ...ich holte ihn und bringe ihn nach Hause mit mir. Ich musste einfach sicher, dass er sicher wäre. Ich musste. Das ist eine Runde, die Berichtung. Die Wahrheit ist, ich denke, sie sind tot. Die Böden getötet von diesen Böden. Welche andere Erklärung ist da? Ich... Ich denke, ich deserve all das. Ich habe die Wahrheit von meinem Baby. Ja... Beide sind richtig. Ich dachte, es würde ihn schmerzen. Es hat sich gemacht. Aber... Ein Teil von mir hat ihn nicht gesagt, weil ich... Ich bin Angst. Dass ich nicht meine Mutter ist. Ja. Und er ist nur 14. Er ist smart. Ah, okay. Das spielen wir vielleicht in der anderen... Wir gehen. Ich sollte das bekommen. Schau, Kind. Ich weiß nicht, was du hier vorst. Es ist mir einfach etwas. Schau dich nach und geh nach Hause. Okay? Deine Eltern fehlen dich. Stimmt. Das ist die Hintergrundbeschicht von dem Planeten. 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 Die Nachbarn savedet die Der 1. Der 1. bis zur Wendung 2. Juni Route 96 schon wieder einen Abend geben da hier ist offen muss man diesmal nicht an der Straßenland laufen sehr gut an den einen Weg Fantastisch. Den einen Weg müssen wir jetzt wirklich nicht nehmen, den mit dem Geld. Da brauchen wir mal mehr. Dann will ich auch noch irgendwann mal versuchen. Nämlich, wenn ich jetzt beim nächsten Mal durchspiele. Nur ein bisschen auf den Wasserfall schauen. Den kleinen Life is Strange Moment haben. Nicht den Life is Strange, aber einfach so. Die Musik passt überhaupt nicht. Und Landschaft ist schön. Okay. Okay. Und noch mal weiter. Wo geht's jetzt hin? Wieder an der Straße. Gucken wir hier, und wo lang ich bin. Sieht nicht so aus. Hm. Ich nehme einen anderen Weg. Und noch einmal nach hinten, Und noch mal weiter. Und das hört dann auch nach dir. Und erâhe dich. Und die Musik über 2020 Ich kann das so weit weg. Ich kann das so weit weg. Ich kann das so weit weg. Ich bin ein Gewalt. Ich bin ein Gewalt. cool wir hinterlassen die Spuren von den anderen dieses Mal will ich aber mal hier dann gehen oder warte, ich baue das Gate nicht wirklich ein Stein nach dem anderen wir können Gate liegen lassen das können andere gebrauchen eine Person die etwas Geld hier gelassen hat ich habe die Gerüchte über diesen Felsen gehört aber ich hätte nicht gedacht dass es tatsächlich stimmt wie auch immer ich weiß nicht wer du bist oder am aktuellen Grenzüberklärer wie ich bist, aber vielen Dank das meine ich von Herzen Dank dir habe ich jetzt die Chance diesen Söhnen noch für ein Mal zu lassen okay müssen jetzt schon 40 da sein oder wurden die 20 schon weggenommen also der Weg der andere Weg ist echt ein bisschen da braucht man mehr wir haben es hier nicht einen Weg hinunter da habe ich mich damals geübt ich bin mit dem anderen Charakter der gegangen bin damals das war in diesem Stream okay sieht nicht so aus dann gehen wir mal hier lang dann gucken wir gleich da nicht ganz raus Diesmal würde ich sagen, versuchen wir es mal über die Berge. Ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Weg an den Grenzposten vorbei geht, gibt es aber, naja. Essen und Trinken, dann bei Essen bitte. Ich weiß nicht, wer es wäre, wenn es nicht wäre. Natürlich habe ich ihn aus der Straße, auch ein paar hier. Aber die realen Proteste hier, wird auf der Wahl gehen. Geh, du musst dir mehr Geschwindigkeit zeigen. Es gibt die Regierungen hier, die nichts mehr als uns verabschieden. Du kannst versuchen, da mal runter zu gehen. Sonst können wir es über die Berge versuchen, wenn wir es nicht schaffen. Ich würde das mal versuchen hier. Auslandsarbeitszahlung ist. Ja. Vielleicht ging es uns da. Wir haben ja die Klugheit jetzt durch den politischen Weg genommen. Die Berge sind. Die Berge sind. Und wenn du sie auslösst, dann ist es, weil du ließ und du wachst. Du bist zu früh, um zu müssen. Du und du wachst. Du wachst wird auch zu wachst. Die Berge sind. Das wird schwierig. Nur die größte die Bürger werden. Die Berge sind. Wenn du wachst, dann sind. Du wachst. Du wachst. Dein Zeugnis wird vor mir bezeichnet. Wenn es erscheint, dann ist es dein Geil. Dein Test wird nicht geschehen. Also beantworteile. Es gibt bestimmte Anforderungen, die du wachst. Nur die marriedten Menschen mit zumindest einem Kind können rechtlich beantworten. Dein Kontrakt. Wenn du übernimmst, wird es in fünf Jahren. Keine mehr, keine weniger. Sekretens, du wachst dann wird, die Bank zurückgebracht. Dein Zeugnis wird bald veröffentlicht. Böge unsere schöne Nation. Was machst du? Dein Zeugnis ist auf der Schrauben. Komm da rein. 13 insgesamt 5 Jahre Q4 What age would your eldest child be when you return from abroad? 6-7 Q5 Are you or have you ever been a Black Brigade? Q6 Have you ever listened to illegal radio stations? Be honest Q7 When did the Black Brigade terrorist attack occur? I think it should be 6-8 Q9 Who is our great president? Q11 Which of the following do you enjoy the most? I think it should be a brief on the other side Q11 Last question Have you answered all questions truthfully? I already know But I want to hear it from you You can now wait for your test results in the waiting room Hopefully you will be arrested Good day Good day You look young to take this test You look young to take this test Can I receive again? What? 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 I'm at number 13 You have passed Stand up and leave and may you go represent our blessed station Auf dem Weg geht es in Sorrow Frieden Nichts ist mehr wichtig Aber es gibt noch viele andere in Petra, die es immer noch suchen 60 Tage noch bis zum Wahltag Dann müssen wir noch was machen Wir haben jetzt langsam angefangen damit Wahrscheinlich haben wir schon länger damit angefangen Und jetzt erstmal so richtig Spannend Das hat man auch schon mal Das kommt man wie gründvoll Das kommt man wie gründvoll Ja fantastisch Wo wir nicht da sind Es sieht aus wie Tyrak ist Der preferrte Kandidat In ein Nutshell Voting for Flores equals voting for violence Don't vote for violence Vote for Tyrak Wie ihr wisst Die Sonja Show ist sehr interessiert über unsere Jugend Wir müssen das auf jeden Fall nochmal durchspielen Weil wir kriegen auch hier jedes mal andere Möglichkeiten Das ist da Wenn wir das normal durchspielen ist dann auf jeden Fall was anderes An der 18 An der 18 5 Energie Wie viel Wie viel Ich hab mir das mit 6 Tage Seit 17 Tagen Seit 14 Tagen Hmm Tsss Ja mit dem mit dem karten muss ich ja den mit dem muss ich ja den den protestoren machen revolutionär ich würde mal sagen ich nehme mal den da ist noch nichts das ist noch nicht vorbestimmt das ist ein outfit was beides werden kann Teenage Dillsberg ok jetzt sind wir Beifahrer bei ihr ok schon wieder bei ihr am Anfang mein Mann driving is a state of mind and I'm on a higher plane of consciousness got to say something dog they'll be one of those weirdo silent riders they fight for what they believe in I can respect that people say they cause the peak to collapse but I think that's BS you müssen wir uns jetzt schon entscheiden ich weiß nicht was ähm ich weiß halt dann nicht so gut ich will halt dann nicht riskieren so jetzt zu verlieren ich meine wir können auch erstmal den Wanderers Mann machen hier diese Wanderer Sache machen und dann wir können auch verschiedene was das haben wir haben jetzt einmal immer nur diese Entscheidung getroffen einmal nur diese Entscheidung getroffen und einmal nur diese Entscheidung getroffen jetzt können wir auch mal unterschiedlich entscheiden gerade diese Frage tja dann würde ich mal die Mittelweg nehmen tja das in dann ja Ja, sie hat mich adoptiert, als ich vier war. Dann hat sie mich richtig gut behandelt, aber mein Mann brauchte, um eine Veränderung zu machen. Ich musste sie verabschieden. Sie hat mir gesagt, dass meine Bio-Parents verabschieden waren. Sie wusste das, aber sie hat nie gesagt, seit zehn Jahren. Ah. Okay. Das ist von der Wege ihre Mutter. Das war die Brigade. Die Eltern waren von der Brigade und sie haben sie am letzten durch den Weg erfahren. Ich bin die Selbstgebotgenblüter. Halt. Please. Ja? Check das Scanner auf deine Fee. Ich bin die Selbstgebotgenblüter. Ich bin die Selbstgebotgenblüter. Ich bin die Selbstgebotgenblüter. Ja? Ich bin die Selbstgebotgenblüter. Das ist mein Ohr.